Es ist vollbracht. Wir haben den letzten Tag, den vierten Tag des sechsten Hardline Filmfestivals erlebt. Überstanden will ich gar nicht sagen, das wäre nicht gerecht. Und der Tag glänzte noch einmal mit einem hervorragenden Programm. Das heißt, zumindestens zu drei Vierteln mit einem hervorragenden Programm. Zu dem einen Viertel können wir da noch. Und für uns begann der Tag erstmal wieder mit Interviews, die wir noch hatten. Und zwar in der Kinokneipe. Zum einen, also als zweites mit Chad Archibald, der ja einen Film laufen hatte. I'll Take Your Dead. Und vorher hatten wir noch die Drehbuch-Co-Drehbuchautoren von Pimmt im Gespräch. Ich, die extra aus Australien anreiste, nur für den Besuch bei diesem sehr schönen Festival. Und uns auch noch Rede und Antwort gestatten hat in einem kurzen Interview. Und nachdem dies geschehen war, begaben wir uns dann an das reguläre Programm. Das heißt, Dave Made a Maze haben wir dann eben aus Zeitgründen und Überschneidungen nicht gesehen. Den habe ich aber gesehen ein andermal und habe dazu auch eine Review eingesprochen, die ihr jetzt schon hören könnt. Und Dave Made a Maze, ich will da mal vorausgreifen, hat tatsächlich beim Publikumsvoting den ersten Platz belegt. Wobei es mit dem ersten Platz sehr, sehr eng war. Das heißt, es gab fünf Filme, die tatsächlich sehr nah beieinander lagen. Und aber Dave Made a Maze hat gewonnen. Und das ist ein kleiner, sehr, sehr künstlerisch anspruchsvoller Film, der den Anspruch seiner Kunst eben aus dem Basteln herauszieht. Und eben eine ganze Welt aus Pappkanton und Papier erschafft, in der sehr viele kreative Dinge passieren. Und der auch Splatter bietet, aber eben nicht mit Kunstblut, sondern eher mit Konfetti. Und das ist alles sehr amüsant zusammengestellt. Durchaus zu Recht ein Gewinner. Allerdings bei der unterschiedlichen Auswahl an Filmen, die es gab, die auch großartig waren, hätten es auch vier oder fünf andere Filme sein können. Eben die, die sich eben um den ersten Platz ganz knapp gestritten haben. Nach diesem Film kam dann, naja, so ein bisschen der Tiefpunkt des Tages. Die Axiom. Ja, vielleicht möchtest du, Stefan, dazu was sagen. Ja, also The Axiom ist ein mit, erstmal mit vielen Ideen vollgestopfter und am Schluss überfüllter Film. So ein Mindgame-Thriller, der auch am Schluss ziemlich brutal wird. Da wird dann ganz schön geschnetzelt noch. Also das Genre-Publikum soll bedient werden, hat man den Eindruck. Jedoch ist die Idee relativ banal. Also wir hatten diese typische Gruppe Teenager, zwei Mädels, drei Jungs, die in einen Wald gehen. Und du hast dann wieder The Cabin in the Woods, die Hütte Sam Raimi, wird im Abspann gedankt, warum auch immer. Warum die Hütte dahin gebaut hat, damals, Tanz der Teufel. Und es wird ein Buch gefunden und man kann sich als Gast eintragen. Und dann wird im Laufe des Films entdeckt, dass es Portale gibt, insgesamt sechs. Und wenn man durch diese Portale geht, die erstmal unsichtbar sind und hinter einer schönen Waldlichtung auf einmal dann einen Schritt weiter geht, begegnen einem Geister, Gespenster und Wesen aus einer anderen Welt. Das klingt erstmal alles ganz interessant, auch sieht der Trailer recht interessant aus. Und das Creature-Design ist tatsächlich nicht einfallslos. Aber das Ganze ergibt kein rundes Ganzes. Es funktioniert einfach nicht. Du hast diese Figuren, die durch diese Handlung gefegt werden. Dann wird ein bisschen gemordet, dann wird teilweise wieder auferstanden. Dann wird mit Bewusstseinsebenen gespielt. Aber das ist alles, es funktioniert irgendwie alles nicht. Und das war, so wie ich das jetzt gerade sage, empfanden das auch den Großteil des Publikums. Was soll das hier jetzt gerade alles? Und das ist mal wieder ein gutes oder ein schlechtes Gegenbeispiel dafür, dass ein Film eigentlich nicht so viele Ideen braucht, aber er muss so wie aus einem Guss wirken. Er muss ein Ganzes ergeben. Er muss einen von Anfang bis Ende zumindest halbwegs mitreißen. Und das hat die Axiom einfach nicht geschafft. Ja, Dave Made Amaze hattest du gerade schon angesprochen mit seinem kreativen Mikrokosmos-Ideen. Wer war noch recht gut dabei? Pimpt, den wir sehr gut fanden, war glaube ich auf Platz zwei oder drei. Das wollte ich noch erwähnen. Also Pimpt war zum Beispiel wieder so ein gutes Beispiel von einem Film, der die Leute einfach unerwartet mitgerissen hat. Was die Axiom überhaupt nicht geschafft hat. Der war auf Platz zwei. Und auf Platz drei war Summer of 84 gelandet. Ganz knapp. Und Tigers Unknown Afraid war, glaube ich, auf Platz fünf oder vier. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und man muss jetzt dazu sagen, bevor wir jetzt noch zum weiteren Programm kommen, möchte ich noch ein paar kleine Fakten nennen. Es wurde noch bekannt gegeben, der Besucherrekord für dieses Jahr. Und es waren circa 1800 Besucher bei diesem Festival über vier Tage. Und das ist eine ordentliche Hausnummer. Die Säle waren selten ausverkauft, aber es gab ausverkaufte Säle. Und wenn sie nicht ausverkauft waren, waren sie zumindest sehr gut besucht. Und das spricht auch sehr für das Festival und auch für die ganze Stimmung. Denn das hat alles wunderbar gepasst. Und die haben sich da sehr gefreut über den Erfolg. Und das ist ihm auch zu gönnen und auch zuzusprechen. Und das macht sich auch dadurch jetzt gleich bemerkbar, dass ja auch angekündigt wurde, dass das nächste Hardline-Festival auch ein bisschen länger gehen wird. Aber das wird dann in den nächsten Monaten, wenn es dann soweit ist, sicherlich genauer bekannt gegeben. Des Weiteren möchte ich, bevor wir eben fortfahren, noch eine kleine Rüge zum Auszubringen, die uns gegenüber gebracht wurde. Natürlich betrifft sie nicht das T-Bread Radio, sondern nur Max allein, der sich jetzt nicht berechtfertigen kann, weil er nicht da ist. Es ging nur darum, dass ja Max, er hat es ja nicht gesagt, er hat es gefragt, ob das Hardline nicht mal als Splatter-Filmfestival angefangen hat. Und das wurde ganz klar vom Flo nochmal freundlich klargestellt, dass es nicht so war. Und er hatte eben auch klipp und klar gesagt, dass ja auch der erste Film, den sie zeigten, Audition war von Takeshi Miike. Und dass das Konzept eigentlich hinter dem Hardline-Filmfestival gewesen ist, eben so eine Gurken wie Hostel, die dann abgefeiert wurden, ohne irgendeine Reflexion zu haben, eben dem etwas entgegenzusetzen. Und dem ganzen Genre-Kino eben auch dem Anspruch zu geben, dass es ja auch hat, dass es auch vorweisen kann in verschiedenen Filmen. Und es eben nicht nur diese glatt gebügelten Splatter-Gurken gibt, die natürlich auch bedient werden beim Hardline-Festival, wie wir auch dieses Jahr gesehen haben, aber eben eher weniger. Und der anspruchsvollere Horror- oder Genre-Film eben dort einen Platz findet. Das wollten wir gerne nochmal klarstellen. Und auch natürlich, nachdem wir lieb darauf hingewiesen wurden. Aber ansonsten muss ich auch nochmal sagen, auch Flo hat sich wieder mal dort sehr aufopferungsvoll an das Ganze hineingestürzt und mit seinen ganzen vielen Mitarbeitern. Und ist da auch nochmal ein großer Dank auszusprechen von dem. Wir wurden ja auch immer bedankt. Es war ein gegenseitiges Bedanken und es war auch sehr nett und eine sehr, sehr freundliche Atmosphäre. Und jetzt kommen wir, oder ich übergebe gleich, ich möchte, möchtest du noch was dazu sagen, sonst gehe ich noch über zum musikalischen Acting, den kannst du dann noch gleich mit einleiten. Ich wollte nur sagen, wir haben ja die Louise von Pimmt interviewt, die Kurt-Drehbuchautorin und Chad Archibald. Diese Video-Interviews werdet ihr demnächst auch bei uns sehen. Und das mit Chad war auch, ja, im wahrsten Sinne, das wurde wieder ein sehr schöner Chad. Und es war toll. Auch er ist extra aus Kanada für diese zwei Tage extra angereist. Also dann ist auch mal für euch nach außen hin diese Dimension klar wird, dass tatsächlich aus Australien niemand für einen Tag extra herkommt, aus Kanada und das Zentrum für diese kurze Zeit dann Regensburg in der Welt ist. Das ist einfach toll. Es gibt ja auch immer einen musikalischen Act, der lief dann vor dem Abschlussfilm. Man hatte sich wohl, so habe ich es mir sagen lassen, eher immer so ein bisschen auf Rock und auch Elektro gab es wohl mal und man wollte aber mal was Neues ausprobieren und hat sich für ein Jazz-Trio entschieden. Und zwar auch im Namen enthalten, Trio 11, das ein sehr renommiertes musikalisches Konzept ist seit Jahren. Die waren tatsächlich großartig. Und sie hatten ja auch gesagt, das Repertoire ist ja sehr groß und man hätte sich ja in Bezug auf das Hardline-Filmfestival auf die düsteren Stücken berufen im Repertoire, das man eben anbietet. Und da war allerhand Skurriles dabei. Und man muss einfach mal allen Teilhabern dieser Band eine unglaublich großartige Musikalität bescheinigen. Für mich, der sich mit Jazz nicht gut auskennt, war ich dann dort sehr gut aufgehoben. Denn es ist wirklich nicht nur Jazz, es sind so viele Einflüsse drin, die auch hörbar sind und das, was auch Spaß macht. Man hat zum Beispiel einen Song von Blink-182 gecovert in einer Wahnsinnsversion, aber auch von Kraftwerk. Allerdings auch eigene Kompositionen und zwischendurch immer sehr nette Geschichten erzählt haben. Kurze, amüsante, informative Geschichten über die Entstehung von Stücken oder Titeln und so weiter. Und das war hervorragend. Ging eine Stunde ungefähr und war hervorragend. Super, also eine sehr gute Wahl. Ja, also Trio 11 ist ein Schlagzeuger aus Regensburg und Bassist und Pianist aus München, die schon seit vielen Jahren erfolgreich zusammenarbeitet und auch mit anderen Bands. So ein Beispiel für diese Background-Story von einem Stück, der sehr rhythmisch betont war, auch sehr zerfasert, zerstückelt, hat der Schlagzeug erzählt, war eine Zusammenkunft mit einem amerikanischen Rapper damals, wo live quasi beschlossen wurde, oder es war ein britischer Rapper, ich weiß es nicht mehr, wo live beschlossen wurde, eigentlich einen programmierten Beat live zu performen, was ein hoher Anspruch auch selbst an einen Jazz-Schlagzeuger war und was sehr inspirierend gewirkt hatte. Ja, es war auch für mich, der ich Jazz mag, aber nicht alle Formen von Jazz, ein sehr kraftvolles, ein sehr mitreißendes Konzert. Es war eine sehr, sehr fühlbare, fühlbare, ehrliche Musik. Also es war auch nicht so, dass die Leute, das hat man das Gefühl gehabt, die jetzt nicht so die Jazz-Profis waren im Publikum, dass sich das die Hälfte vielleicht angehört hat und einfach auch mitgefiebert hat, weil es einfach so berührend rüberkam. Genau, mitreißend war das Ganze. Und so mitreißend, wie das Trio auch die Grenzen von der Musik ausgeloadet hat, kommen wir dann zum großen Finale. Und das war Panos Cosmatos Mandy im ausverkauften Saal, wie bei Summer of 84. Also da gab es keine Plätze mehr, haben auch Fotos gemacht, haben die auch schon bei Facebook reingestellt. Es gab noch eine herzliche Danksagung von den Beteiligten, eben mit den Hinweisen, wie das Festival gelaufen ist und wo es hingehen kann. Und dann war zwei Stunden lang halluzinogener Farbrausch, pumpende Flächen, Nicolas Cage wieder mit einer, ich kann mal sagen, sehr guten Performance. Die erste Hälfte von Mandy ist sehr reduziert, gar nicht so aufgeladen und übertrieben, wie man vielleicht meinen könnte aus dem Trailer. Der baut sich erst mal sehr langsam auf. Möchtest du ein paar Eindrücke zu Mandy sagen? Ich habe zwar schon eine Review eingesprochen, aber ich würde sagen, wir reden trotzdem noch ein bisschen über den tollen Film. Vor allen Dingen ist Mandy ein einziger Ton. Also ich habe, glaube ich, ich habe selten oder vielleicht sogar noch nie, muss jetzt meine Erinnerung da ein bisschen zurückschrauben, aber in einem Kino gesetzt und permanent einen Ton im Ohr gehabt. Das war ein durchgehender, anhaltender, musikalischer Overkill, hervorragend. Und dazu wirklich sehr floristierende Bilder und überhaupt ein Cinematic Ecstasy Movie. Also wirklich, auf Handlungen wird nicht so viel Wert gelegt. Das ist auch nicht wichtig in dem Film. Es gibt eine ganz klare, harte Rache-Story. Religiöse Fanatiker, die ihm, die Nicolas Cage-Charakter, die Frau wegnehmen und mit ihr Schlimmes treiben. Und er dann aus seinem, er ist so eine Überfigur. Eigentlich wird er am Anfang als ganz normaler Mensch mit einem normalen Job. Er ist Holzfäller, kommt wahrscheinlich aus einem wochenlangen Auftrag aus dem Wald zurück nach Hause, endlich wieder geborgen sein bei Freundinnen und in seinem wunderschönen Heim, was sie sich da gebaut haben mit vielen Fenstern. Also auch eine total tolle Kulisse, dieses Haus, in dem sie leben mitten im Wald. Und dann kommt eben dieser Overkill, wo er dann zum ultimativen Warrior mutiert, der sich vollpumpt mit irgendwelchen teilweise bekannten und aber unbekannten Halluzinogenen und dadurch zum absoluten Berserker wird. Und dann kommen eben die ganzen wunderbaren Verweise. Ich sage immer wieder, du bist darauf eingegangen in deiner Review und auch in deinem Booklet zum Mediabook von Mandy, was in einer ganzen Weile noch dauert, bis es rauskommt. Aber du hast es verfasst für Kochmedia. Und diese kleinen Szenen, wie zum Beispiel er sich dann seine Waffe schmiedet, was auch so unvermittelt auf einmal steht. Erst ist er im Wohnwagen bei Bill Duke und sucht irgendwo ein paar Waffen zusammen. Was hast du da mit dieser Armbrust mit zwei Pfeilen, die dann aber nicht ausreichen ist, um einen Rachefeldzug zu starten. Und auf einmal steht er in irgendeiner mittelalterlich anmutenden Schmiede und tut sich aus irgendeinem galaktischen Metall eine Überwaffe, einen Axtschwert schmieden. Und es glitzert alles. Und ich dachte immer so, du hast direkt auf Conan verwiesen. Mir fiel zuerst Excalibur ein und alles auch so episch gemacht. Und dann wird er aber ganz schnell wieder, geht er einfach in so eine Splatter-Richtung für einen Moment und ist dann total rüde und einfach. Und der Film springt immer hin und her von einer Einfachheit hin dann wieder zu einer epischen Tiefe. Und für mich ganz wichtig, ich dachte auch immer, es gibt halt, man kann in diesem Film so viele Verweise erkennen. Zu allem Möglichen. Wie gesagt, ich auch zu Star Trek zweimal. Aber ohne, dass das jetzt so aufgebügelt wird und dass man da jetzt mit dem Hammer draufstehen sagt, ja, das ist jetzt hier die Referenz oder so. Ich sage jetzt noch ein, was noch kurz, bevor ich das zurückwerfe, das Mikro, durchs Auto. Also, das wirklich auch für mich eigentlich am wichtigsten auch ist dieses Schlussbild, das letzte Bild im Film. Und das ist das, was ich mir so sehr mehr wünsche für das Kino wieder in unserem Leben, in unseren Zeiten. Das ist ein wunderbar, im ganzen Film, aber da ganz deutlich ein wunderbares Madpainting. Das heißt, der Hintergrund ist so wunderschön gemalt, wie eben aus Science-Fiction-Filmen der 80er und 70er Jahre auf eine fremde Welt in wunderbaren Färbungen eines Sonnenauf- oder Untergangs mit gezerklüfteten Felsen, die stehen, wie sie nirgendwo zu finden sind auf unserem Planeten. Mit einem Wahnsinns-Himmel und mit einem Film, der einfach da schon funktioniert anhand nur eines einzigen Bildes, das uns aus dem Film verabschiedet. Hervorragend. Also, ihr merkt auch anhand des Enthusiasmus von Benedikt gerade, dass der Film durch seine Bildsprache wirklich mitreißend ist. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, es ist keine Splatter-Fun-Granate. Ich denke, 40 Prozent, bin ich mal so frech und sag, vom Publikum da draußen denken das anhand des Trailers vielleicht. Er ist erstmal wirklich sehr bedächtig und sehr ruhig. Er erinnert sehr stark an Bildanalysen, die da durch Grandrieu vorgenommen wurden, Filmidentitäten, viele David-Lynch-Einstellungen, alles sehr inhalierend, sehr langatmig teilweise, aber das macht er bewusst. Und die erste Hälfte ist eigentlich auch der Andrea Risborough zugesprochen und dem Linus Roach, den ich aufgrund von Platzmangel im Booklet nicht so extensiv erwähnen konnte. Ich mache es jetzt mal hier. Also, Linus Roach ist ein hervorragender Schauspieler. Er sollte ursprünglich zuerst die Rolle des Red Miller, die von Nicolas Cage gespielte Figur, mimen. Und andersrum sollte Nick Cage die Rolle des Jeremiah Sands, dieses Fanatikers, dieses Anführers, dieser Jesus-Freaks, die auch dann wieder irgendwie an die Manson-Family erinnern. Es gibt so viele Verweise, wie gesagt. Aber sie haben sich irgendwie abgesprochen und haben gesagt, das passt für jeden, wenn wir die Rollen tauschen. Und also, was auch Linus Roach hier darbietet, an psychopathisch, mimischen und dann auch körperlichem Spiel, das wird auch sehr explizit in einer Einstellung, was für amerikanische Verhältnisse eigentlich nicht geht, das ist schon sehr beeindruckend. Also, dieser Film, man kann ihn irgendwie anhand der Handlung, soll man ihn nicht erklären. Ich glaube, man muss diesen Film einatmen. Und ich finde aber auch recht angenehm, dass diese Referenzen an diese 80er Jahre, ich sage es jetzt nochmal, auch Beyond the Black Rainbow, sein Regie-Debüt von Panos Cosmatos, das ist jetzt sein zweiter Film, Mandy. Auch der spielt im Jahr 1983, genau wie dieser Film. Und er hat natürlich viele Referenzen, ob das jetzt Hellraiser ist oder Texas Chainsaw Massacre. Aber das wirkt nie alles zu aufgetragen, so Fanservice-mäßig, so hier, da packt man das noch rein und das. Denn das ist einfach eine eigene Vision, Mandy, wie ich finde. Der macht daraus einfach was Eigenes. Und alles verschwimmt ineinander und aufeinander und durcheinander. Und das ist wirklich eine Reise, der Film, die man erleben sollte und der einfach hinten und vorne nicht. Also ich finde zum Beispiel mit dem Erklären des Inhaltes, was völlig belanglos ist, weil darauf stützt sich der Film nicht auf irgendeine ganz tiefgründige und ausgefeilte Geschichte. Und zur Erklärung habe ich ja auch gestern noch gesagt, das Einzige, was dem Film eigentlich so ganz gut umschreibt, kommt gleich am Anfang und das ist dieses Gedicht. Dieser Vers, den ich jetzt nicht wiedergeben kann, aber der fängt schon gut an. Allein diese Einblendung von diesem Gedicht, was man sieht, diesen Sechsteiler oder was, das kannst du wiedergeben. Der ist wirklich gleich, der macht schon Stimmung für den Film. Ja, den habe ich auch im Booklet mit übernommen, weil ich den sehr inspirierend finde. Weil man den Film auch, würde Tobi auch nicken, als Hard Rock, Dark Fantasy, Rock'n'Roll Musical bezeichnen kann, weil Johann Johannsen auch einen phänomenalen, einer seiner letzten Scores ja bietet. Also der Vers heißt so viel wie When I die, lay two speakers at my head, bury me deep, ich gebe es jetzt nicht korrekt wieder, bury me deep, lay two speakers at my feet, and rock'n'roll me when I'm dead. Also das ist diese Verbindung aus Tod, Dark Mystery und Musik und dunkler Musik und düsterer Musik, das kommt einfach toll rüber. Wir wollen jetzt nicht zu viel verraten, es gibt auch noch kurze Zeichentrick-Elemente drin, die schaut euch am besten selber an, das hat auch wieder 70er, 80er Jahre Einflüsse. Ja, ich würde sagen, enough for Mandy. Und dann war es noch sehr schön, weil danach war die Kinokneipe nicht mehr so voll wie die letzten Abende, aber es war noch Chad Archibald da, es war noch Simeon Halligan mit seiner lieben Frau da, die haben sich alle verabschiedet, dann RKSS, unsere Lieben, Anouk, Johan und François waren noch da und haben so diesen letzten Abend tatsächlich mit relativ wenigen Fans da noch ausklingen lassen, was ich auch ziemlich cool fand, muss ich sagen. Und so ging es eben zu Ende, man verabredete sich, verabredete sich fürs mögliche nächste Jahr und ja, war ganz gute Stimmung noch am Ende. Und wir sind auch noch ein bisschen geblieben, aber nicht zu lange und dann war es auch gut. Und nun sind wir nach Hause in unser Hotel und sind eingeschlafen irgendwann. Und das war ein tolles Ende eines tollen Festivals, das ich jedem und auch wir, denke ich, im Allgemeinen für andere Gäste, die es jetzt nicht geschafft haben oder vielleicht nicht gemacht haben, doch empfehlen wollen, auch fürs nächste Jahr. Denn erstens ist Regensburg eine wunderschöne Stadt, die man entdecken darf. Das kann man mit einem schönen Urlaub mal koppeln, geht man zum Festival und macht ein bisschen Urlaub in Regensburg. Man bekommt eine gute Küche, wenn man sie findet. Man bekommt einen schönen Eindruck von der Innenstadt. Man kann auch wunderbar einkaufen als Sammler für Film und Musik. Das lässt sich alles entdecken. Man kann ein wunderbar rundes Wochenende draus machen. Das heißt, möglicherweise sehen wir uns nächstes Jahr in Regensburg. Und falls nicht, hört einfach unseren Podcast. Das heißt, wir spielen uns nicht mehr und finden, oder? Das ist heute. Das ist heute. Vielen Dank.